Mein Name ist Heike Gareis und ich möchte Ihnen heute ein bisschen von meinen Erfahrungen mit den Flüchtlingen aus der Ukraine berichten. Es kommen Menschen zu uns, die haben Schreckliches erlebt und es gibt bei uns Familien, die nehmen diese Menschen auf. Einfach so, ohne sie zu kennen, ohne Hintergründe zu kennen, bieten diese Menschen, diese Neustädter, diese Bürger des Landkreises Menschen Wohnraum. Ein Zimmer, eine Wohnung und ganz spontan, ohne darüber nachzudenken, was sie davon haben. Und ich habe erfahren, dass es sich da sogar Freundschaften entwickeln, zwischen den Flüchtlingen und den Einheimischen. Denn viele Flüchtlinge sind sehr, sehr dankbar, dass sie jetzt in Neustadt, in unserem Landkreis, einen ruhigen Ort gefunden haben. Natürlich haben diese Menschen Sorgen und sorgen sich um ihre Lieben zu Hause. Aber ich denke, jetzt können wir doch alle zeigen, dass wir ein gutes Herz haben und dass wir zusammenhalten. Und das liegt mir sehr am Herzen. Ich bekomme mit, dass ganz viele ihre Herzen und ihre Türen öffnen. Und das begeistert mich. Und wenn Sie die Chance haben zu helfen, dann bitte ich Sie einfach darum. Tun Sie das auch. Dankeschön. 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 Vielen Dank.